Ey, yo, Freestyle, Weiden City, Viva la Bavaria, yeah, spontanerweise zieh ich mal Kreise, pass' mal gut auf, yo. Yo, das System ist korrupt und kaputt, total pervers, Banken sind scheiße und sie verdienen sich ein goldenes Holz dabei, wenn die Kriege erfangen denen oder wenn sie immer nur laufen, yo, yeah. Dann haben sie einen Haffenschotter, genauso wie die Pharmaindustrie nicht will, dass wir gesund werden, na, ganz sicherlich nicht, das muss man hinterfragen und dann, wenn es logisch ist und deine Intuition benutzen, yo, yeah. Ah, die Pharma-Konzerne da nicht überleben, wenn wir gesund werden, das ist ein Milliardensystem für sie, ey, ja, du musst ein bisschen in die Natur sachen und einander forschen, genau, das ist wichtig, du kannst nicht alles regeln und da nicht richtig machen. Zum Beispiel, da, die ich gern Afrika befrei und ob er Leid mit nimmer gesund machen, gesund machen, aber es ist nicht in meiner Macht, dass sie das do, die anderen, die, wo bloß a handful san oder so, die kann das steilen, aber sie wollen ja, dass es so wird, na, no, na, sie wollen, dass es so weitergeht, dass die Oma roten bleiben und die Reichen immer reicher werden, weil die Mittelschicht ist ja ziemlich am Kacken, beziehungsweise gibt's fast keine Mittelschicht mehr, na, na, ich auch. Stiftung war ein Test genau, so, die haben bloß Riesenmacht und das stimmt nicht alles, was sie erst erholen aus ihren Kugelschreiberzettel, beziehungsweise in die Artikel, du musst einmal auf eine andere Weise drüber nachdenken, mit wem die alles zusammenhängen, denn die haben alle Macht und sind riesig im System. Und solange sie sich die gegenseitig befruchten, denn und ein Flecken ist ein Drecksscheißsystem, yo, dann muss da ein bisschen Asafina, wow, die Kleiner unterwegs sind, die Vokes und machen wollen und nicht bloß a Show, die korrupt unterwegs ist und da man anlegen, denn no, no, yeah. Niklas Pahn, Dialekt-Rappmaster Oberpfalz, White City, yo, ich hoff, du schnallst das, irgendwann einmal, vielleicht, wenn's da auditive System das so benutzen, los, dann schnallst, yo, vor der Ohrmuschel eine mit dem Flow, mit Text in Holz, so wie's always geil ist, yeah. Niklas Pahn, ja, zollt da wen, wo's spontanerweise, yeah. Ich zeig' ich mein Kreis über die natürlichen Dinge und beschütze, beziehungsweise bewahr ich sie, weil ich sing, na, weil ich rappen, do, und versuch, dass die ganzen Puzzlestücke erbüllen, ergeben, den, yo, yeah. Niklas Pahn, hast da Oberpfalz, macht am Freestyle, yo, bei Weiden City, die natürlichen Dinge sind aber auch richtig, sind im Ursprung, weißt du das, yo, ganz wichtig, yeah. Ganz wichtig, isst mußt schnallen, yo, bei Wo, yeah, isst mußt schnallen, yo, yo, yeah. Shouldest du schnallen, yo, yo, yeah.